Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit! Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf sie, den anderen da aufzuräumen. Okay, seid vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Da, da sind Spuren. Na, komm. Sie kann noch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dicker. Macht sie das Röfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Hier geht's nicht weiter. Gut, Sturm. Die muss in dem Wald sein. Los, komm. Tja. Ellie, was soll das denn los? Gehen wir. Topf. Da. Spuren. Okay, gut. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Okay, na los. Wo, 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 wo! Ich gebe dir Deco. Wie viele sind es? Samt viel zu viele. Geh aus drum, ich gebe dir Deco. Ich gebe dir Deco, 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 ich gebe dir Deco. Ich gebe dir Deco. Ich gebe dir Deco. Ich gebe dir Deco, ich gebe dir Deco. Ich gebe dir Deco. Ich gebe dir Deco, ich gebe dir Deco. 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 Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Ja, bei der Ranch! Unser Pferd! Sie muss da drin sein! Komm! Sieht sicher aus. Vorsicht! Ellie! Ich bin hier! Oh, Herrgott! Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Hier ist noch einer. Oh, Herrgott! Oh, Herrgott! Oh, Herrgott! Oh, Herrgott! Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Ja. Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gedicht besser als… Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst! Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren! Ich komme gut zurecht! Wie viele beinahe Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen! Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht sie… Maria hat mir von Sarah erzählt… Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis! Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was für Lust heißt! Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen! Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin! Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein! Und es sind schon welche da! Wege mich! Ich bin immer mehr! Sie da sind ganz! Wo zur Hölle steckst du? Scheiße! Scheiße! Das ist der Ratschein. Okay. Bleib cool, Mann. Alle? Ja? Immer mit der Ruhe. Bleib da! Gehen, ausdruck! Gehen, ausdruck! Gehen, ausdruck! Gehen, ausdruck! Gehen, ausdruck! Gehen... 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 Okay, alles sauber. Gehen wir raus zu dem Pferd. Alles klar. Warst du Hilfe? Geht schon. Na los. Geht schon. 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 Labor. Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Kriegt das andere Team den Ball. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die zehn Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First Down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen. Dann weiß man das. Was ist ein Turner,**h? Ja, das schafft! Ja! Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Von da sollten wir den Campus überblicken können. So wie ich das jetzt einfache. So wie ich das jetzt mit dem Center. Also, äh, jetzt gut ausunut jegung! Dramatisch! Und, äh, die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, eiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihnen leben wollen? Hey, da drüben, ist es das? Sieht wirklich wie ein Spiegel aus. Sieht wirklich wie ein Spiegel aus. Wie viele Leute sind da wohl? Äh, Fireflies meine ich. Es müssen einige sein, für so'n Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Link nach Runnen. Bleib beim Pferd. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Bist du sicher? Bill, ich rufe dich. Weil ich bin unterwegs. Bei uns sagt es, dass ich in Lassau gut versuche. Bis zum nächsten Mal. Alter, ich rufe dich. Nein, ich rufe dich. Kann du nicht? Ja, ich rufe dich. Man, ich rufe dich. Bis zum nächsten Mal. Es rufe dich. Oh, shit. Das war das. Hey, ich hab überlegt, äh, ich soll gerne was machen wollen. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, mal eine Läger zu sein? Das wär cool. Glaub ich. Guck. 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 Das war's für heute. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl... Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Ähm, nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Okay, na los. Ja, eine ganze Hardware. Okay.